Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mit einem Bauchmuskelworkout, perfekt für die untere und obere Bauchmuskulatur. Dauert 5 Minuten, startet durch und ich bin wieder am Start mit meiner Atemmuskulaturmaske. Perfekt, um die Ausdauer der Atemmuskulatur zu trainieren, optimal. Wir starten jetzt. Wir starten jetzt. Wir starten jetzt. Wir starten jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.